Jetzt möchte ich den Bettnermann Rudi vollständig ein Lied, aber sein neue CD will ich vollständig. Der Rudi hat wieder einmal eine neue CD herausgebracht, gell? Der nennt sich Kinderleder. Und sein neues Lied heißt »Trummi, die flinke Fliege«. Wie wählt er das? Also das ist wirklich eine CD für Kinder geeignet, mit sehr vielen Kinderliedern. Auch Winterlieder oder Weihnachtslieder sind hinten dabei. Erhältlich beim Rudi und mit seinem Etapiskum. Im Geschäft, genau, das wollte ich sagen. Im Geschäft auch erhältlich. Und ihr werdet jetzt zuerst, wo bin ich, ähm, wer ist das? Ah, zuerst wird er noch ein paar Worte sagen und dann bei der Ende. Komm mir die Fliege, Fliege vollständig. Bitte, Rudi. Herr Franz, ich gratuliere auch, 40 Jahre ergeblich auf die TV. Bei Goseba, Herr Robert Börschitz, was so viele Drecknehmer wissen. Bei Goseba, Herr Robert Börschitz. Ich freue mich, dass ich heute bei uns da sein darf. Und wir machen heute eine uraufjogende Präsentation aus einer neuen CD. Die Lieder kennt ihr schon. Da sind zehn Kinderliedern drauf. Von Trinzi, dass keine Leidigse einbauen, das ist schon ein bisschen ein reineres Lieder. Aber wir machen heute eine uraufjogende Präsentation hier bei Bichler. Bitte, erste. Wir haben auch mehrmals die Skidance dahin schon vorgestellt. Und wir haben jetzt ein neues Lied aufgenommen mit einer neuen Figur. Und wie dieser Figur gibt, ich werde euch jetzt eine Zange. Das neue Lied heißt Fliege. Pummel, wie fliegt ja Fliege. Diese Fliege werden wir heute besingen. Und dieses, also, eben einen Text dazu macht. Und dieses Lied rückt seine Fliege an. Was stellen wir jetzt auch vor? Wir haben ganz kurz, vielleicht ein technisches Problem da hinten. Mit der CDU. Wie hoffen wir, könnte man das gleich lassen? Ja, das stimmt.